Nächste Gar-Methode, Variante Bouchieres Sous-Vide, noch ein Sous-Vide, Temperatur 55 Grad, ein Backenbeutel, Fisch, wenig Butter, Tinian, ein bisschen Gemälde und ganz wenig Fisch. Und das ganze Wackensatmog, wakumierte Fisch, Wasserbad, ca. je nach Größe vom Fisch 15 bis 20 Minuten. Das Wackensatmog, das Wasserbad, saft, ein bisschen Papier, ganz wenig von der Garflüssigkeit und der vorbereitete Fisch am Soße. Die Nachrichten. Im Vorbereich der Soße. Und kurz auch mixen. Und mit schönen Schrauben. Und mit schönen Schrauben. Und mit schönen Schrauben. Und mit schönen Schrauben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017